Nein, nein. Jetzt kriege ich eigentlich nur diese Müllmeute. Diese Wahlgruppe, Mann, mal jeder. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Ja, quasi. Du bist eine Waffe, für die es keinen Waffenschein gibt. Es ist sehr, sehr ein, sehr ein, sehr ein... Hm? Mhm. 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 Was für persönlicher Ofen. Ja, mein Ofen halt. Mhm. Ist das was Besonderes, oder? Mein Ofen... Oh, oh. Oh. Eine Tür oben. Wann bist du denn fertig, Martin? Mhm. Ja, ich dachte, ich treffe mal auf den Gegner, aber ich weiß irgendwie nicht. Warum spielst du auf Miramar? Ja, weil ich im Boxhalter runter bin und hab da alles zur Bärse und jetzt bin ich hier. Wie viele Kölzer hast du? Zwei? Hahaha. Es hat noch einer gelandet, Mann. Das ist geil, da man lernt halt nicht auf einer Waffe, also beide ganz oben, einer links, einer rechts. Ich hatte nichts. Renn runter, zweite Etage. Nichts. War noch nichts gespawnt. Renn ganz runter ins Bad, liegt da nicht rot finde. Mit der Schrotflinte. Mit der Schrotflinte. Mit der Schrotflinte. Mit der Schrotflinte. Mit der Fünfer. Ja, moin. Aber mal, hier ist ein Karabiner schon. Der lockt mich an. Also... Oh ja. Ich weiß sogar, wo ich... Oh! 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 Wo ich mich jetzt? Ich bin das mal. Ja, würde ich nicht sagen, Kai, aber... Ich würde sagen, wir sind... Wir sind vom Skill ja zumindest nicht die schlechtesten, würde ich auch meinen. Äh, wie gesagt, kommt halt drauf an, wie ernst sie das nehmt nachher, ne? Also, wenn ihr mal sagt, okay, YouTube, ich hab mal Lust gerade zu facen, ob wir gar nicht facen... Ne, das Problem ist... Ich kann ja... Das Problem, Kai? Oder immer? Das... Das Problem ist, jeder Noob kann nicht töten. Oder... Das Problem ist... Ich trinke jetzt schon Jack Daniels. Oh, oh. Viel Spaß, Tophie. Da hab ich kein Problem mit. Ich trinke schon eine Bonner. Viel Spaß, Martin. Oh, jetzt hat der... Guck dir den Typen an, Mann. Kai, guck dir... Guck mal meinen Stream, Kai. Also... Ah... Bin doch klar, ne? He 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 he. He 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 he. Das ist wirklich cool, Mann, da. Oh Mann, noch mit Ansagen, Mann. Ich muss so lachen, dass ich den Typen hier unten schon gar nicht mehr treffe. Oh, 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 das ist interessant, oh ja, oh ja Oh, guck mal, du hast hier ein TV-Highlight Da unten gibt's jetzt Beef Oh, da kommt auch ein Autocard, man Was ist hier nur los, man? Oh, da Dann ist die schon getötet da unten eigentlich oder gammeln die jetzt nebeneinander da rum? Oh, fuck Oh, da ist ein Karabiner, das ist aber meiner Der schießt da mit dem Karabiner und der andere kämpft dahinter im Dings, Alter Warte, ich muss jetzt eigentlich nur warten, bis Kollege Schnurschuh kommt Smoggy, werden wir sehen Wo ist denn der andere Typ aus dem Compound? Aha, jetzt hat er ihn geholt Guck mal, er hat ihn geholt Wie lange hat er denn gebraucht, den Typ zu holen? Guckst du dir an, die ist da unten abgeprallt nach oben und genau in sein Gesicht explodiert Alter, Kai Oh, shit Oh, die war sick, Alter Ah, Kai, guck mal ganz kurz meinen Stream Oh, shit Oh, shit Evil Code Evil Code ist, glaube ich, Matt Alter, der war schon wieder so sick, der Move, Alter Ich bin gut drauf, habe ich das Gefühl Das kann ich nicht wohlfühlen, ob du zuhändungsfähig warst, Joby Ja, moin Er headshotet mich mit seiner gammel SKS Immer mein Lieblings-Bike Na, tut das weh, so ein Headshot Ein 3er-Helm, tut das weh, mein Freund Ist das, tut das etwa weh? Ist das, tut das, wie im Synimes Kauze Kauze da 2D Tor Boah, ist das anstrengend, ja. Halt. Halt, das wollte ich doch gar nicht. Hey Cartman, kannst du nicht einfach mal lieben? Das ist doch viel zu einfach für dich. Jetzt mal im Ernst. Ich glaube, ihr spielt da, ist so. Hm? Ich spiele nur als. Weißt du doch. Das sind doch gar keine Gegner, Mann. Hat aber gut geschossen am Anfang, der Typ. Muss jetzt zu dem Milchgesicht hochpushen, dass ich die ganze Zeit beschossen habe und da sieht mich. Was für ein Vierfachspray. Ach, Martin, hör doch auf zu cheaten, ey. Der war geil, oder? Das war schon wieder ein Reflex des Todes, Mann. Ich nenne meinen Streamtitel jetzt gleich. Wie nenne ich den? Bal. Bal-Titel. Du kannst doch auch sagen, Spielen mit den Bal-Champs. Aber wir haben ja beide schon mal gewonnen, so mein ich. Und Kai, übrigens, du musst auch mal mit 3600 TP spielen, das ist total befreiend. Ne, 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 ne. Das ist Englisch da on point. Ne, 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 lass mal. Voll gut, ey. Wenn ich 800 mache, dann dreh ich schon rein. Wenn du einmal dich minimal bewegst, dann dreh ich schon rein. Bis dahin. Hey, guer. nieuw, hats raus. Oh, wenn das ein Headshot gewesen wäre. Ja, von der Deckung her eher so, oh, den hab ich verehnt. Das ist mich. Ich bin ein. 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 Ich bin ein.